Ich bräuchte Beutzen oder irgendwas. Da haben wir nix davon hier, oder? Schranktüren irgendwie. Eibink-Leister. Okay. Haben wir wohl nicht. Da irgendwas. Achso, da sind diese komischen Viecher bestimmt wieder. Ja. So, wenn ich mich jetzt vor ihm runterporte... Das ist geil. Die kamen viel zu schnell. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Huuuuh. Ich weiß, dass du hier bist. Nein, sieben. Ich möchte gerne wieder teleportieren. Diese komischen Viecher da sind schon wieder da. Geht, was ist das? Was juckt? Nur noch eine Kugel? Scheiße. Gott sei Dank, ich habe wieder eine Kugel. Gleich acht Stück, das ist schön. Das ergötzelt mich sehr, diese. Okay, was haben wir hier? Hei, Ritz. Oh, mein Auge juckt es gerade auch jetzt. Ja, was ist denn jetzt los? Auge, Nase. Kann ich die Tür aufmachen? Oh, ist der Hinterausgang. Ah, okay. Ich verstehe. So. Jetzt müssten hier die Blitzdinger ja sich deaktivieren, oder? Nö, tun sie nicht. Ich dachte, das geht jetzt halt automatisch so. Ach nee, da muss ich da rüber. Ähm. Ach so. Ah. 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 Welche Gegner? Was haben wir hier? Ähm. Ein Schienenstopp von der Deutschen Bahn. Ja, gehen wir zum nördlichen Ende. Ach. Oh, weiter geht's. So, ähm. Gut. Komisch. Okay. Ich muss mich wieder durch vanischen. Also, ähm, wenn ich nicht, ähm, wie heißt's? Teleportieren. Nee, da komm ich, aber ich komm hier hoch mit sieben. Jetzt haben wir hier. Gut, das brauche ich allerdings gerade im Moment nicht, wenn ich ehrlich bin. Schnauer? Ja. Ach. Ehm. Okay. 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 So. Die Kohle nehmen wir mit. Okay, da ist das Haus von Sokolovs. Wo komme ich denn da? Das war super. Willen wir es nochmal? Gut. Komme ich da irgendwie? Ach ne, da ist eine Gasse. Also nein, geht nicht irgendwie. Eins, zwei. Aber ein Alarmschalter da. Fuck. Ich kann die nicht betäuben sonst irgendwie, oder? Nö. Was haben wir denn da noch für Dinge? Ah, das macht Spaß. Oh. Das ist ein Aufzug. Cool. Wo ist denn der Sokolov? Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Ja, natürlich. Das ist ein Aufzug. 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 Nehmen wir das up. Mein Style! Was ist daran hier so besonders dafür, dass die so abgetrennt ist, dieses Eck? Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. So, was haben wir hier noch, nachdem ich jetzt hier ein bisschen aufgeräumt habe? Geh mal in den Keller. Ach du Scheiße. Ein Wasserrad, cool. Komm, geh mal weg. Ratten. Danke. Na gut, dann werden wir wohl nach oben müssen, schätze ich mal. Habe ich die schon alle gelootet? Gibt es hier irgendwas noch so für mich? Nein. Okay. Ähm, ja. Ich verstehe. Oh, das war falsch. Kann er nicht? Okay. Kann er auch nicht. Okay, jetzt kann er. Gut. Okay, also, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ist da oben irgendwie eine Sicherheitschangel. Verstehe ich gar nicht. Wer hat jetzt am eigenen Haus Elektrizität zum Abhalten von Eindringlinge? Oh, schön. Danke. Okay. Mm, 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 mm. Uh. Ähm. Hallo. Gut. Schlampe. Kleine Bitch da hier. Ruf da nach Hilfe. Nix da. War das jetzt Dieter, die da das macht, oder? Kann ich da jetzt durch? Ich habe Angst. Ja, ich kann durch. Cool. Aha. Ja, wobei, vielleicht sind da noch ganz, ganz viele. Weißt du was? Ich lasse die mal.